Hallo Leute, bei mir ist wieder was angekommen und zwar von meinem Marvel Lifetime Abonnement Figuren. Ein paar könnt ihr ja schon hinter mir in dem hängenden Regal sehen. Es sind schon einige zusammengekommen und jetzt kommt hier das nächste. Mal schauen was da drin ist. Zack und jetzt mache ich auf. Diese crazy Figur mit einem Stein in der rechten und einer Mini-Maschinen-Pistole in der linken Hand und diese Figur. Ein gelber Mann. Die heißen, muss ich nämlich nachlesen, Red Skull und Angel. Red Skull und Angel. Oh, da fällt schon wieder was aus. Jawohl. Das sind Nummer 36 und 37. Sehr cool. Die stelle ich dort links hin. Da ist noch Platz. Und dann, für die nächsten Figuren, muss ich mir wieder was einfallen lassen. Also Leute, macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.